Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 167. Folge hier aus dem Rotsteinpark, zusammen mit Josef. Hi Leute. Im letzten Part bei Josef konntet ihr sehen, wie man wortwörtlich eine Punktlandung macht, denn das Spiel an sich und das Timing nach drei Rundenfahrt ist zu Ende und Josef hat jetzt hier heute in der Folge noch die Aufgabe, einmal die Angelmechanik reinzubauen, sodass ihr letztendlich springen könnt. Und während Josef da fleißig am Angeln ist, nenne ich das mal ganz vorsichtig, wollen wir uns noch ein bisschen hier um unser Unterwasser-Aquarium kümmern. Dieses hatte ich, ja? Ja, gut. Guck mal, die Angel ist so in Ordnung? Gib nochmal bitte, ich hatte gerade Inventar voll. Ja, springen, ist doch gut. Benutzen, um den Delfin springen zu lassen, ist doch verständlich, oder? Bei mir steht nur springen. Wenn du Maustub im Inventar darüber gehst. Achso, benutzen, um den Delfin springen zu lassen. Nee, alles gut. Cool. Das klingt gut, das klingt doch gut. Und wir müssen uns hier ein bisschen mit der Technik beschäftigen. Hier wird Josef jetzt die Eingangskontrolle bauen. Weißt du aus dem Kopf spontan, wie schmal man die am schmalsten bauen kann, Josef? Nein. Drei Blöcke, ein Block. Wir bräuchten ja nur dieses Mal eine singuläre Eingangskontrolle. Ich muss das nachher gucken, ich versuche es irgendwie reinzukriegen, aber die muss definitiv ein bisschen größer sein, aber vielleicht kriegen wir die auch ein etwas kleiner Modell hinten. Aber das versuche ich dann einzumassen. Mach so viel Platz wie bitte eben möglich. Ja, ich überlege gerade, dann würde ich das sonst noch auslassen, nur vom Platz. Also hier ist der noch, der rüber geht. Ein, zwei, drei Blöcke sind das auf jeden Fall. Außer Josef schafft es irgendwie die Technik wortwörtlich umzubauen. Aber das wird ein bisschen eng und drei Blöcke sind es zwei nach außen. Vielleicht, vielleicht kriegt es Josef hin. Wir lassen mal die Lücke hier, wie sie ist. Das wird der Raum jetzt hier, um die Schleuse zu machen. Notfalls können wir hier noch einen Block nach außen gehen und die Spieler ein bisschen rumleiten, damit Josef hier mehr Platz hat. Ich würde aber sagen, dass wir ab hier vorne, ich nehme mir mal kurz rote Wolle, hier weitermachen können und schauen, ob das passt. Das heißt, wir setzen hier den Gang hin und ich würde sagen, da wo wir jetzt hier die Linie entlang gehen lassen, soll nachher unser durchgehbares Aquarium hinkommen, was ja nicht zum Teil der Attraktion wird, aber zum Weg dahin gehört. Das heißt, man kann auch theoretisch so reingehen, ohne dass man dann letztendlich ein Ticket hat. Aber ich würde versuchen, hier das Aquarium durchaus, ja hier wie in so einer Kurve wirken zu lassen, dass es passt. Und ich würde das dann hier dem natürlichen Pfad so ein bisschen folgen lassen, den wir hier haben. Das heißt, wir würden hier rumgehen oder wir machen es komplett gerade und schauen mal, wie es aussieht. Die Idee ist die, dass wir uns nachher Barrierblöcke nehmen und dafür sorgen, dass die Fische nicht despawnen, weil das ist so ein bisschen meine Sorge, nenne ich das mal, die ich habe, dass die Fische hier despawnen. Deswegen müssen wir das zumachen. Jutz, meinst du, weißt du, ob die Fische despawnen, die tropischen Fische oder? Ähm, wir können zur Not die auch nochmal setzen mit Persistence Required, dann spawne ich nicht mehr. Okay. Das soll nicht das Problem sein. Weil dann würde ich nämlich hier mit Barrierblöcken das alles einfassen, dass es gut passt. Wichtig ist, dass es halt jetzt gut aussieht, dass wir die Ebene haben. Das ist auf jeden Fall hier noch zu hoch. Aber es ist dann auf jeden Fall ein gutes Stück, was sicherlich nochmal eine Menge, Menge, Menge an Arbeit wird. Ich würde es jetzt auf der Ebene bauen. Da kommen die Bodenblöcke rein und wir würden jetzt gleich mal mit dem Tunnel anfangen, Leute. Dass wir ein Gefühl haben, wie es aussieht. Höhe passt. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Hier einmal entlang und dann haben wir hier so kleine Aussparungen, die wir hier unten drunter auf jeden Fall dann berücksichtigen müssen. Gut, wichtig ist bei den Teilen, dass man natürlich viel sehen kann. Deswegen brauchen wir Glas, 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 Glas. Das darf man auch durchaus sehen. Da nehmen wir natürlich das komplett Durchsichtige und gucken mal, wie wir das von der Konstruktion machen. Also drei Blöcke soll es wirklich breit werden. Vielleicht sogar vier, dass man so richtig schön nach oben schauen kann. Wie man das auch aus den SeaWorlds dieser Welt, die auch nicht gut für den Tierschutz sind, natürlich sind, aber durchaus so kennt. So, hier haben wir jetzt den Durchgang und wir wollen oben ein, zwei, drei Blöcke sozusagen haben. Können wir sogar noch höher machen. In die wir reingucken. Dann machen wir hier ein, hier ein und machen dann hier eine Zweier-Glas-Konstruktion, durch die man dann letztendlich durchgeht. Schauen wir mal. Sieht das in Ordnung aus? Ja, passt, das ist vom Gang ziemlich groß, muss man sagen. Da können wir den Gang dann noch wirklich einen Block tiefer machen. Das ist ja kein Problem. Zack, zack, zack. Hier können wir gleich noch mit der Stufe runtergehen. Und dann machen wir es hier hin. Dann hat man hier wirklich, wenn man hier so drunter geht, denke ich, eine ziemlich, ziemlich coole Aussicht, die hier hinpasst. Wir machen jetzt einfach mal das erste Stück. Das beginnt hier vorne, dass der Josef noch genug Platz hat für die Technik. Hier entlang und hier entlang. Und dann müssen wir natürlich noch ganz, 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 ganz viel Terraform machen, dass wir da was Schickes hinbekommen. So, das steht. Jetzt nehmen wir uns mal die Stone, die ganz normalen Smoothstone-Blöcke. Die haben wir noch nicht viel verwendet. Und die würde ich dann unten machen, um die ganze Sache so ein bisschen einzufassen, dass man durchaus auch was sieht. So, so. Und das führen wir dann jetzt hier einmal durch. Nehmen wir uns so mal das Glas und ziehen das hier ein ganzes Stück entlang und gucken mal, wie weit wir hier um die Kurven kommen, weil das ist jetzt nochmal so der nächste Part, der ein Ticken, Ticken, Ticken tricky werden könnte. Deswegen gehen wir jetzt erstmal bis hier hin und füllen das jetzt so auf, dass es hier in Ordnung ist. Hier ist es drei Blöcke. Hier ist es drei Blöcke. Das heißt, wir haben an jedem Block anliegend, sagen wir hier geht es diagonal rüber, insgesamt drei Blöcke zur Verfügung. Jetzt gehen wir hier außen entlang. Gleiches Spiel wie gerade. Verbinden wir die hier. Ne, brauchen wir nicht wirklich. Und setzen die wirklich auf Kante. Und hier vorne nochmal das Gleiche. Und da würde ich mit euch jetzt gleich mit den Barrier-Blocken direkt mal den ersten Teil des Aquariums bauen, sodass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das aussieht. Ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, was ihr euch so wünscht, was wir ins Aquarium tun sollen. Das ist natürlich eine schöne Unterwasserwelt. Wir können hier ja durchaus einiges reinsetzen. Das können versunkene Schiffe sein, etc., die wir hier noch reinbauen können. Da sind sicherlich viele Möglichkeiten da, weil all das, was man auf dem Delphine-Ride sieht, kann man natürlich auch von hier unten teilweise dann beobachten, wenn man zum Beispiel in so eine Richtung guckt oder hier entlang kommt und dann da reinguckt. Josef, wie tief gibt es irgendeine Beschränkung für den Delfin, wo er entlangfahren darf? Nein. Nein, keine Tiefbeschränkung. Der kann auf der Wasseroberfläche fahren. Okay, er fährt also so gesehen auf der Wasseroberfläche. Das heißt, wir können die Barrier-Blocke durchaus... Uh, nee. Barrier-Blocke ist eine schlechte Idee. Die lassen das Wasser verschwinden. Josef, weißt du, wie die Blöcke heißen? Nicht die Barrier-Blocke, sondern... Ich weiß, wo die sind. Wir können die uns gleich nochmal holen. Okay. Ich weiß bloß nicht, ob da Fische rausschwimmen können. Das müssten wir jetzt einmal testen. Ich mach das hier einmal kurz zu, damit wir uns das einmal anschauen können, wie es aussieht. Wartet mal, jetzt nehmen wir uns hier... Ah, hier ist es jetzt noch offen. Das ist natürlich doof. Machen wir hier auch einmal kurz zu. Ist jetzt nur für Testzwecke. Und nehmen uns einmal die Schwämme. Sponges. Wo sind sie denn? Hier sind sie. Und machen das Teil einmal leer. So, jetzt haben wir hier auch schon schön trocken gelegt. Und so sähe der Gang aus, wenn man dann hier durch geht. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Wenn wir Barrier-Blocke nehmen, die würden das Wasser verdrängen. Das wird man auf jeden Fall sehen. Wir haben aber ja durchaus noch hier unten drunter. Hier vorne waren das. Jetzt habe ich... Structured Void-Blocke oder so heißen die, glaube ich. Die sind nämlich die hier vorne. Da ist die Frage, ob die von Wasser umspült werden. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Naja, ein bisschen sehr weit hier vom Schloss weg. Zack, zack, hier unten. Ja, sieht auch nicht schlecht aus, kann man so lassen. Ist jetzt nichts mega Schickes, aber mit Glas kann man nicht so viel anders arbeiten. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn wir uns hier oben mal eine kleine Teststation bauen? Okay. Ich glaube, es sollte funktionieren. Ich bin gespannt, was passiert. Nee, warte mal. Hast du gerade irgendwas bekommen? Nein, ne? Achtung. Ja. Oh. Hoppala. Irgendwas hat da wohl nicht geklappt. Nee, dachte ich mir auch schon. Ist ja nicht schlimm. Haben wir ja noch einen Try und der Delfin schwimmt hier unten rum. So Leute, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Also wir machen hier die Struct-Shot-Void-Blöcke hin. Und hier die Struct-Shot-Void-Blöcke hin. Ja, kann man leider nicht sehen. Beziehungsweise. Ach, man kann da durchgehen. Das heißt, es können auch Fische da durchgehen. Josef, weißt du, was es noch alles an Void-Blöcken gibt? Nö. Gerade nicht auswendig. Na, ganz kurz. Ich muss mal eben das verstehen, was hier los ist gerade, weil man das nicht geklappt hat. Das ist ja wirklich doof jetzt hier. Ja. Irgendwie habe ich gerade ein Problem technisches. Ja, die kommen da durch. Mist, 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 Mist. Das ärgert mich jetzt hier aber. Dies ärgert mich hier aber. Das Problem ist, diese Blöcke halten zwar das Wasser auf, was auch super ist. Aber die halten natürlich keine Mobs aus. Wenn wir jetzt uns einen Barrier-Block geben, wo haben wir ihn natürlich nicht, weil es eventarvoll ist. Dann haben wir die Problematik, dass hier das Wasser wirklich verdrängt wird. Und das sieht, wenn man hier so eine Umrandung bauen will, natürlich echt, echt doof aus. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit hier. Janos, ich brauche deine Hilfe tatsächlich. Es geht nicht anders. Okay, warte. Ich empfange kurz einmal den Wasserblock. Kannst du einmal auf den Delfin dich setzen gleich? Ja, machen wir mal. Warte, ich muss eben die Technik resetten. So Leute, wir haben das Problem, dass wir hier keine Umrandung bauen können. Die Fische können also hier, die wir hier hinsetzen würden, tatsächlich wegschwimmen, was total doof ist. Okay, setz dich mal kurz auf den Delfin und fahr mal runter. Aber bitte noch nicht das Item einsetzen. Jo, warte mal. Wir sitzen drauf. Wenn ihr da eine Idee habt, wie wir das Problem lösen können, eine Barriere für Fische zu bauen, die aber nicht das Wasser sozusagen verdrängt, wäre ich sehr, sehr happy drüber. Weil das ist jetzt hier eine Problematik, die echt doof ist. Setz das Item mal ein. Ist das unter Wasser? Nee. Ich war über Wasser, aber ich habe... Ja, jetzt sehe ich das Problem. Okay, alles klar. Dankeschön. Jo, bitte, bitte, bitte. Wir haben jetzt hier ein bisschen die Problematik, Leute. Das hier jetzt das Ding besteht. Wir können keine Grenze bauen. Das heißt, die Fische schwimmen in irgendeiner Form auf jeden Fall weg. Das ist ja nicht sehr cool. Nicht sehr cool. Wenn ihr da eine Idee habt, wie wir das lösen können, lasst mich das bitte unbedingt, unbedingt wissen. Weil sonst, ja, haben wir hier echt teilweise Probleme. Das könnte, oder es könnte auf jeden Fall problematisch werden, sagen wir es mal so. Klar, wir können jetzt hier ganz, ganz viel mit den Korallen arbeiten. Wir können, dass das hier auch alles irgendwie halbwegs schick aussieht. Ich weiß nicht, warte mal. Vielleicht haben wir hier irgendwo einen Korallenriff in der Nähe. Ich meine schon. Ich muss jetzt mal kurz hier Gas geben, um zu gucken, ob wir hier irgendwas haben. Weißt du, ob wir irgendwo einen Korallenriff hatten? Nein, aber kann man das lokalisieren? Ja, es gibt jetzt ja diese TP-Ports, wo man zum nächsten teleportiert wird. Ich meine, die geht... Verdammt, warum geht das denn jetzt nicht? Ich bin gerade leicht gerizt. Lass mal, ich mache das kurz eben. Warum sind die die schöne Technik nicht mehr? Okay, hier ist das Schiff. Nee, sehe ich tatsächlich nicht, Leute. Sonst hätten wir uns das noch mal gerade auch direkt so live ansehen können. Wie es letztendlich aussieht. Ich verzweifle, Josef. Doch. Kannst du noch mal dich reinsetzen, bitte? Jo. Ich verfliege kurz hier noch mal den Turn zu Ende. Nee, ist tatsächlich nirgendwo hier ein Riff dabei. Okay, ist nicht schlimm. Fliegen wir jetzt mal kurz zurück und helfen mal dem Josef, bevor er hier gleich komplett durchdreht. Ansonsten würde ich mir aber noch mal die Korallenriffe ankauen. Schauen, dass man die in dem Stil auf jeden Fall versucht nachzubauen. Weil das ist ja doch so sinnvoll. Du bekommst gleich die Angel. Sag mal, wenn du die Angel bekommen hast. Ich muss nochmal starten. Ich hatte meinen Inventor. Jetzt habe ich sie. Okay, gut. Nutzt die mal eben. Du bist wieder im Wasser. gelandet, ne? Ja, und ich fahre noch weiter. Funktioniert doch. Hä, fast wie? Du fährst weiter? Ja. Okay. Funktioniert ohne Probleme. Warte mal. Okay, warte. Warte, bleib, 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 bleib. Fahre ich dann ins Wasser? Okay, dann liegt das nur bei einem Delfin. Dann ist der andere. Stopp. Benutzt die Angel nochmal? Okay. Okay, danke. Dann ist hier der Fehler. Du kannst sie selbst spammen. Da passiert jetzt nichts, was es kaputt macht. Du kannst die ganze Zeit hier mit dem Dude hüpfen, wie du willst, Josef. Okay. Dann. Mit welchem Delfin bist du gerade gefahren? Mit dem Richtung Westen. Steig mal aus. Ja. Also bei mir hat es gut geklappt. Jetzt bin ich mal gespannt. Gucken wir mal, was bei Josef ist. Aber bei dir siehst du auch den Delfin. Nein, nicht, 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 nicht. Okay. Too late. Ja, funktioniert. Okay, der andere Delfin hat einen Fehler. Das heißt, da ist eigentlich nur beim anderen Delfin der Fehler drin. Gut. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Mod ab zwei. Mod ab zwei. Wir haben hier ein kleines Problemchen, würde ich mal so sagen. Was ist denn? Ich musste kurz den einen Delfin töten. Beziehungsweise das unsichtbare Schweinchen, was hier noch rumgefahren ist. Mhm. Aber jetzt sollte alles clear sein. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall... Ah, natürlich. Ah. Was war's? Die Achse ist ja invertiert bei dem anderen. Ah, natürlich muss ich auch die Befehle hier unten invertieren. Ach Gott, das hat mich die ganze Zeit geärgert. Ja, natürlich. Der andere Delfin ist ja einmal um 180 Grad gedreht. Das heißt, wenn er nach oben gehen sollte, musste ich das genau anders. Das ist wie eine Wippe quasi. Die andere Seite geht hoch, die andere Seite geht runter. Setz dich mal auf den anderen Delfin und jetzt müsste es funktionieren. Ah. Okay. Und ich wollte auch sagen, wenn meine Technik nicht funktioniert, du hast Hopfen und Malz verloren. Okay, okay, Josef. So, es lebt gerade keiner. Also es fährt nur einer. Achso, dann warte ich jetzt nicht auf den anderen. Nee, warte, nee, du kriegst dich nicht automatisch. Okay, warte, muss ich mal kurz mit Inventar wieder einen Slot freimachen. Dann fahren wir zum Abschluss nochmal eine Runde, würde ich sagen. Du kannst ja warten, bis die andocken, die Delfin, und dann können wir nochmal eine Runde fahren. Ja, finde ich gut. Die Sonne geht auf. Hier schöne, romantische Stimmung. Perfekt. Ein Delfin-Ride am Morgen vertreibt Kommand. Jetzt sollte der kommen. So. Sollte andocken. Ah, nee, noch eine Runde weiter. Noch eine Runde fahren. Schauen wir mal. War ja drei Runden. So, jetzt müsst ihr andocken. Schauen wir mal, ja. Ja. Ja, du driftest schon mal bei. Zack. Wunderbar. Und dann kann ich jetzt auch mit aufsteigen, ne? Ja. So. Dann gib dir nur nochmal Fischis im Maul, weil das sieht, glaube ich, ganz cool aus. So leicht geht das nicht. Aber du kannst ja Fischis ins Wasser werfen, vielleicht nimmt er die auf. Fischis. Fischis. Ja, wenn er nicht jetzt hier irgendwo drüber fährt. Oh, jetzt habe ich meinen Angel ausgetauscht. Nein! Ich glaube, der hat einen Sattel genommen. Oder? Kann sein. Du kannst individuell jederzeit springen, wie du lustig bist, oder? Ja. Cool. Funktioniert alles gut. Das ist das Schöne. Wir können unabhängig voneinander springen. Stimmt, ich sehe dich da im Hintergrund, beziehungsweise dein Name-Tag die ganze Zeit hier rauf und runter springen. Ja, mega. Josef, klappt doch gut, würde ich sagen. Mhm. Oder nicht? Und ich finde es sieht auch cool aus, wenn du da hüpfst. Ja, damit ist die Technik fertiggestellt. Gut. Was für eine Arbeit, Junge. Was für eine Arbeit. Für so ein kleines Spiel. Aber es ist halt wieder so ein Spiel, was so ganz besonders ist, wie der Horse Ride und alles andere auch. Das gehört einfach mit dazu. Aber dann haben wir ja gut was geschafft. Dann ist eigentlich hier soweit alles fertig. Also klar, es sind die Restarbeiten hier mit dem Weg und der Technik zu tun. Das sind aber auch Sachen, die man im Livestream machen kann. Das Spiel an sich steht. Damit soll es bei mir für die Folge es gewesen sein. Ich sage an der Stelle danke für Zusehen. Morgen geht es bei Josef weiter. Ciao, Leute. Ciao, Leute.